Metallrente bleibt weiter auf Erfolgskurs. Trotz deutlich erschwerter Marktbedingungen haben wir 2020 ein Ergebnis erreicht, das mich sehr positiv stimmt. 54.000 Menschen haben sich im letzten Jahr neu für eine betriebliche Altersversorgung mit uns entschieden und noch einmal fast 18.000 haben ihre Arbeitskraft mit Metallrente abgesichert. Damit konnten wir nun die Marke von 950.000 versicherten Personen in unseren Branchen überschreiten und wollen wir sehen, was das Jahr 2021 bringt, vielleicht schaffen wir in diesem Jahr unseres 20-jährigen Bestehens auch die Million. Die Zahl der Unternehmen, die Metallrente anbieten, wuchs im letzten Jahr auf rund 48.000. Mit diesen beeindruckenden Zahlen sind wir ohne Zweifel ein sehr starkes Vorsorgekollektiv und das größte Branchenversorgungswerk Deutschlands. Wie schon in der Finanzkrise 2008 und 2009 haben wir auch direkt zu Beginn der Corona-Pandemie Sonderregelungen geschaffen, mit denen unsere Beschäftigten in Kurzarbeit ihre Beiträge für BAV-Verträge und Verträge zur Arbeitskraftsicherung unkompliziert stunden können. Ich freue mich besonders, dass wir damit bereits mehr als 1.500 Versorgungsberechtigten recht unbürokratisch helfen konnten. Gleichzeitig verzeichnete Metallrente 2020 kaum mehr Beitragsfreistellungen oder Kündigungen als in den Vorjahren. Ein herausragendes Ergebnis für unsere Stabilität, auch wenn Menschen von der Krise betroffen sind. Und natürlich ist es für uns essentiell, dass auch 2021 trotz eklatant niedriger Zinsen gute Sparkonditionen für unsere Beschäftigten in unseren Branchen angeboten werden können. Bei unserem kapitalmarktnahen Vorsorgekonzept, das wir Chance nennen, beträgt die Gesamtverzinsung mindestens 2,65%. Hinzu kommen Renditechancen aus dem Metallrente-Fonds-Portfolio. Für das sicherheitsorientierte Angebot Profil gilt eine Gesamtverzinsung von 2,75%. Und auch unser Metall-Pensionsfonds verspricht eine attraktive Rendite seit seiner Auflage im Jahresdurchschnitt 5,4%. Und mit diesem Jahresdurchschnitt hat unser Pensionsfonds diese große Finanzkrise problemlos überstanden. 2021 wird weiterhin stark von Corona geprägt sein, aber dennoch haben wir Grund zur Zuversicht. Bei Metallrente können sich Arbeitgeber wie Beschäftigte weiter auf sehr gute Betriebsrenten verlassen.